He-He-Heh Komm, stand auf. Du bist ja ganz nass. Du brauchst jetzt noch ein Spielgelau. Wo ist dein Schuh? Du hast verloren, wo du mit mir zerfackst. Wer hat verloren? Oh, eine Zahl von mir. Wir schliegen? Nein, wir schliegen doch. Schiri, das ist doch nix quer. Schiri, das magst du noch sehr. Veni a Gretchenbach, und du schirrisch da schon mehr. Das ist ein Gott mit der Mann. Schiri, das ist doch nix quer. Schiri, das magst du noch sehr. Veni a Gretchenbach, und du schirrisch da schon mehr. Denkst du noch wieder verliebt. He 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 Der Eger-Schiedsrichter ist in letzter Zeit dramatisch eingestiegen. Der wotterbergische Fußballverband BFV berichtet von immer neue Fällen und schließt auch die Möglichkeit nicht aus, dass es sich da um so'n stichlige Grasdacke handelt, die schon eingesoffen vom Frühschopper auf den Sportplatz kommen und die Stimmung noch ohne ewig erheuzen. Schiri, das ist doch nix wert. Schiri, das magst du doch sehr, wenn ihr Grätschen macht und du Schiri staschen wär. Das sagt mir, da war ich Schiri, das ist doch nix wert. Schiri, das magst du doch sehr, wenn ihr Grätschen macht, und du Schiri, das magst du doch sehr, wenn ihr Grätschen macht und du Schiri staschen wär. Das ist doch nix wert, wenn ihr Grätschen macht und du Schiri staschen wär. Das ist doch nix wert, wenn ihr Grätschen bleibt. Kommt raus aus den Griebeln! Jawohl!